Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demo ist der PS1 und Aju Keeps the Heartless oder wie der Zipi hier auch heißt. Oder Ajikatsu, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich will hier nicht abschliessen. Ja, ist nicht hoch. Ja, du hast es schwer, Junge. Kommt. Sammel das Teil ein. Sammel es ein. Sehr schön. Okay, jetzt hier noch das Teil. Na. Okay, warten. Komm, 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 komm. Willst du das erreichen? Ja. Yeah, wir haben es. Sehr schön. Dann runter hier. Alter. Oh Gott, nein, nicht beide auf einmal. Höre. Gott. Also ich war eben deutlich besser. Nur weil ich so ungeduldig bin hier. Ah, hier lebt auch noch was. Besonders schwebt auch noch etwas. Dummulidum. Lalalalalala. Na komm, du ekliges Wesen. Komm her. Alter. Eben war ich aber bedeutend besser. Na. Sammeln rein. Ich könnte mich ja mal vielleicht heilen. Aber ich hab das noch gar nicht, diese Fähigkeit. Was ist denn da für Scheiße? Lalalala. Och, ih. Ihnchen. Wie? Du kannst sogar springen. Wie? Ah. Alles blöd. Oh. Dieses Scheiß-Fisch, ey. Okay, hier leg nichts mehr an. Die Kamera, dass sich nicht so gut mitdreht, das ärgert man ein bisschen. Ich bin ja schon halb tot, ey. Ah, das ist glaube ich diese Heilung, oder? Ne, immer noch nicht. Scheiße. Ich bräuchte dringend mal Heilung. Ah, das war Heilung, okay. Ich weiß auch nicht, wofür der ganze andere Kletterer da ist, den wir einsammeln. Aber das ist die ganze Zeit auch so komische, teuflische Symbole, so das ist irgendwie nicht so gut. Ach ja, wir müssen jetzt zurück in das Teil einsetzen, habe ich dann vergessen. Dummidum, dann geht mal zu uns. Lalalalala. Habe ich das ja nicht eingesammelt? Ja, habe ich. Dann setzen wir das Heilige Artefaktor ein. Mein Laus ist schon wieder weh, ey. Scheiße. Das war's für heute. Oh Gott, die reichen mir aus. Hilfe! Okay, ich glaube, unerwarteterweise ist meine Peilze doch die stärkste Waffe, die ich habe. Komm. Und spring! Ja, geschafft. Sehr schön. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, das ist sehr schön. Oh Gott. Die. Stürp, 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 stürp. Stürp. Stürp, stürp. Okay. Nein, nein, nein! Oh Gott, ich will ihn. Oh, stürp, du scheiß Viech. Stürp, 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 stürp. Danke. Okay, das sollte ich mir aber, glaube ich, aufheben. Oh nein! Ach, hier ist noch irgendwo so zieh ich. Ah, sehr schön. Also, es ist eine schwächere Waffe, aber sie ist nicht schnell. Ah, okay. Wofür auch immer das war. Hier kann ich runter. Ich glaube, das Wasser ist gar nicht schädlich, oder? Okay, das ist auch ein Krieger. Das Alter will create spells only if you are far away from Lodfoss. Okay. Okay, das ist ein Krieger, das ist ein Krieger. Ah, fast. Oh Gott, ich hab' ich ja gar nicht gesehen. Ist der Fahrstuhl jetzt eigentlich noch da? Oder ist er wieder nach oben gegangen? Ah, nee, er ist noch da. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier weiter gehen soll oder ob ich irgendwie hier nach oben soll. Ich höre was? Ich sehe nichts. Okay. Ach, ich geh einfach mal weiter. Try shooting spell while looking around. Ah, okay. Muss ich das da an sich? Glaublich. 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 Ja, traut euch. Was hat euch? Ich hab' vielleicht nichts mehr. Ja. 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 sondern auch. Was ist das? Was? Was? Scheiße. Wie kann ich mich denn nur mehr heilen? Verdammt. Ich brauche dringend heilen. Dringend. Vielleicht tot. Ja. So viel dazu. Ah, hier gab es einen Checkpoint, okay. Wo genau bin ich denn hier? Ach, hier beim Wasser? Oh Gott. Ah, jetzt immer mal sein Gesicht hier ein bisschen mehr. Okay. Oh Mann. Das hier verstehe ich auch noch nicht so ganz, ja. Genau. Das Auto will create spells only to us far away from it. Was bringt mir das? Wenn ich weit weg bin, dass es dann diese spells da macht. Was bringt mir das? Oder? Wie seht ihr das? Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und machen dann im nächsten Part weiter mit unserem Tapfer und Krieger. Also bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.